Nun zeige ich euch den Tanz In My Arms Tonight von Ole Jakobsen und Nina K. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Backrock mit einer Vierteldrehung und dann Dribbelhalb, sieben, acht. Chassé rechts und Chassé links, Backrock, Doppelturm und dann Dribbelhalb. Die dritte Sequenz ist ein Rocking Chair und Step, Knock, Step, Dribbelhalb, Coaster, Step, sieben, acht. Rocking Chair und Shuffle, four, Dribbelhalb, Coaster, Step. Die dritte Sequenz ist ein Side, together, Heel Strut, Heel Strut, Heel Strut, Step, Lock, Step, on, Step, Lock, Step, sieben, acht. Side, run, Heel Strut, Heel Strut, Heel Strut, Step, Lock, Step, und Step, Lock, Step. Und machen wir das Ganze ein Stück, sieben, acht. Du, 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 du. Chassé rechts und Chassé links, Backrock, Turn, Dribbelhalb, Turn, Rocking Chair und Shuffle, four, Dribbelhalb, Coaster, Step. Side, together, heel Strut, heel Strut, heel Strut, Stad, Lock, Step, und Stad, Lock, Step. So, wenn es so schön war, machen wir noch die zweite Wand, gleich mit Counts, 7, 8, 1 und 2, 3 und 4, 5 und 6, 7 und 8, 1 und 2 und 3 und 4, 5 und 6, 7 und 8, 1 und 2 und 3 und 4, 5 und 6, 7 und 8, 1 und 2 und 3 und 4, 5 und 6 und 7 und 8. Nun viel Spaß beim Bippen, wie gesagt er ist ziemlich flott, aber er macht Spaß und natürlich Lächeln nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal.